Herzlich Willkommen zum UVN Business Talk. Wir, die Unternehmerverbände Niedersachsen, möchten Ihnen mit diesem Format zeigen, vor welchen Herausforderungen die niedersächsische Wirtschaft steht. Heute ist mein Gesprächspartner Dr. Holger Hennies. Er ist Landwirt und der Präsident des Landvolks Niedersachsen, dem niedersächsischen Landesbauernverband. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Hennies. Schönen guten Morgen. Herr Dr. Hennies, was macht der Landesbauernverband? Also das Landvolk Niedersachsen als Landesbauernverband ist Vertreter der ländlichen Bevölkerung in Niedersachsen, also mehr als nur Landwirtschaft. Wir vertreten 70.000 Mitglieder und dahinter stehen 35.000 landwirtschaftliche Betriebe und das sind fast alle niedersächsischen Landwirte, die wir gebündelt vertreten. Also wenn wir sagen Niedersachsen ist Flächenland, dann ist das ihre Heimat sozusagen, da sind dann ihre Mitglieder. Genau, ja. Herr Dr. Hennies, neben Ihrer unternehmerischen Tätigkeit engagieren Sie sich natürlich auch für den Wirtschaftsstandort hier in Niedersachsen als Landvolk. Was sind aus Ihrer Sicht die drei Kernherausforderungen aktuell? Wichtig für uns ist, dass unter dem Oberbegriff Klimaneutralität gerade Fläche, Nutzfläche, landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Fläche besonders knapp ist. Und das müssen wir berücksichtigen bei der Energiepolitik, aber auch beim Artenschutz und auch im Naturschutz, in Maßnahmen des Natur- und Umweltschutzes, dass wir die Flächen, die wir haben, vernünftig nutzen. Lassen Sie uns in die Punkte einzeln reinschauen. Sie haben gerade gesagt, Energiepolitik ist ein wesentlicher Faktor, wenn es dann auch um die Flächenkonkurrenz geht. Damit meinen Sie Freiflächenphotovoltaik im Vergleich zu Ackerbau oder wie muss man sich das vorstellen? Unter anderem. Also ganz wichtig ist, dass wir eben die Fläche mehrfach nutzen. Also, dass wir erstmal gerade Fotovoltaikanlagen auf Dächer über Parkplätzen aufbauen, also Flächen, die schon versiegelt sind. Und das als erste Priorität. Und dann müssen wir gucken, wenn wir in das Freiland gehen, dass wir auch dort Synergieeffekte nutzen. Also zum Beispiel, dass wir in zu vernässenen Moorgebieten nebenbei noch Fotovoltaikanlagen installieren oder auf besonders trockenen Standorten das mit Naturschutzmaßnahmen kombinieren, um nicht die wertvollen Acker- und Grünlandstandorte, die hochproduktiven, in Anspruch nehmen zu müssen. Weil die brauchen wir einerseits für die Ernährungssicherung, die brauchen wir aber auch für die CO2-Bindung, damit wir auch später nachwachsende Rohstoffe produzieren können, damit wir eine Chance haben, klimaneutral zu werden. Damit sprechen Sie eigentlich schon das nächste Thema mit an. Denn wenn wir jetzt darüber nachdenken, Fotovoltaik zum Beispiel auf More zu bauen oder eben auch die Diskussion läuft ja, Windkraftanlagen in Wälder zu bauen, also genau dort eben dann die Flächen zu nutzen, die dann nicht kostbare Ackerboden sind, dann laufen wir natürlich in Naturschutzthemen rein. Also die Frage dann auch des Schutzes von geschützten Arten. Haben Sie dazu noch eine Einschätzung? Das macht uns gerade bei der Genehmigung von erneuerbaren Energieanlagen große Sorge, dass dazu sehr auf den Einzeltierschutz geschaut wird und nicht auf den Artenschutz. Artenschutz ist wichtig. Das haben wir auch im Nier-Sächsischen Weg so vereinbart, aber es muss tatsächlich um den Schutz der bedrohten Art gehen. Man kann nicht jede einzelne Fledermaus schützen. Es geht darum, die Arten zu erhalten. Das ist wichtig. Und der Klimaschutz hat eben die höchste Priorität und danach müssen wir auch arbeiten. Und wir müssen vor allem die Maßnahmen, die wir machen, die müssen ständig kontrolliert werden, ob die auch Erfolge bringen. Eine planlose Extensivierung bringt uns nicht weiter. Wir müssen auch den Naturschutz viel intensiver betreiben. Das heißt, so eine transparente Darstellung, wo gibt es eigentlich welche Art, würde einem dann schon helfen, auch in der Genehmigung zu wissen, okay, wenn es hier schon bestimmte Tierarten gibt, die besonders geschützt sind oder besonders schützenswert sind, dann sollte ich da vielleicht gar keinen Planungsantrag stellen. Im Gegensatz dazu, wenn ich weiß, dass es eine Art besonders häufig gibt in verschiedenen Regionen, muss man vielleicht an der einzelnen Situation nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Das ist die Idee. Das würde die Diskussion gerade um diese geschützten Arten deutlich versachlichen. Also das fordern wir auch. Wir brauchen mehr Monitoring, wir brauchen mehr Erfolgskontrolle und dann kommen wir auch im Bereich Artenschutz weiter. Aber wir können eben auch die Anforderungen des Klimaschutzes und der Ernährung sicherstellen. Als dritten Punkt haben Sie mir gerade noch zugeworfen Umweltpolitik beziehungsweise dann auch Ergebnisorientiertheit dabei. Ich glaube, was uns Niedersachsen allen im Kopf ist, ist die Düngeverordnung, die gerade auch die Landwirtschaft natürlich maßgeblich betrifft. Können Sie an dem Beispiel vielleicht mal deutlich machen, was Sie da stört? Ja, das ist ein besonders gutes oder schlechtes Beispiel dafür, wie man Umweltpolitik nicht machen sollte. Wichtig ist, es kommt auf die Ziele an. Also ich möchte, dass Einträge von Nitrat ins Grundwasser reduziert werden. Das ist auch ein gesellschaftlicher Wunsch und das ist auch für uns zu akzeptieren. Und diese Vorgaben müssen wir einhalten. Aber der Staat ist nicht der bessere Landwirt. Also wie die Landwirte das machen, das muss Ihnen überlassen werden. Sie müssen bestimmen können, welche Technik wenden Sie an, welche von Ihren Nutzpflanzen braucht genau wie viel Dünger. Entscheidend ist, was dann in der Summe hinten rauskommt oder was eben an unvermeidbaren Emissionen überbleibt. Das sind wir auch gerne bereit einzuhalten, aber man muss die Landwirte auch selber die Technik handhaben können. Es schreibt ja auch niemand vor, wie ein Katalysator gebaut werden muss, sondern nur, dass die Abgaswerte eingehalten werden sollen. Und das ist in der Landwirtschaft genauso. Wir können das wesentlich besser als der Staat. Das heißt im Ergebnis, ich brauche eine klare Zielvorgabe, ich brauche eine Rahmenbedingung, an die ich mich zu halten habe. Idealerweise mit einer vernünftigen Vorlaufzeit, sodass ich mich auch darauf einstellen kann. Und dann möchte ich bitte in Ruhe gelassen werden und nicht in der einzelnen Maßnahme noch korrigiert werden, welchen Dünger ich einzusetzen habe und mit welchen Mengen. Genau. Und das haben wir in der Düngeverordnung ja auch schon erreicht. Wir haben unsere Emissionen halbiert innerhalb von fünf Jahren. Und jetzt heißt es, ihr müsst noch mehr machen. Und das läuft dann auch Gefahr Richtung Ernährungssicherheit. Dass wir tatsächlich unsere produktivsten Standorte als Anbauflächen verlieren für hochwertiges Brotgetreide und stattdessen dann nur noch minderwertige Produkte erzeugen. Und das kann nicht sinnvoll sein. Also wir müssen schon die Landwirte das Sinnvolle und Nötige machen lassen. Und dann aber kontrollieren, ob sie insgesamt die Rahmenbedingungen einhalten. Das ist die Aufgabe des Staates. Aber sich nicht in die Produktionsweise direkt einzumischen. Aufgrund des Krieges in der Ukraine kriegen wir jetzt ja auch deutlich nochmal mit, was es eigentlich heißt, Ernährungssicherheit aufrechtzuerhalten und wie wichtig Diversifizierung dann auch bei der Produktion ist. Gerade kam der Vorschlag von der Europäischen Kommission, dass man vielleicht doch übergangsweise bisher geschützte Flächen einsetzen soll, auch nochmal zur Produktion von Lebensmitteln. Wäre das vielleicht auch diese berühmte Zeitenwende, von der der Kanzler auch gesprochen hat, dass man sich so etwas jetzt mal vornimmt und überlegt, können wir vielleicht von solchen Bürokratiemonstern wie der Düngeverordnung ein Stück weit abschichten? Können wir innerhalb dieser Ausnahmesituation vielleicht beweisen, dass anders zusammengearbeitet werden kann? Also ergebnisorientiert und weniger Maßnahmenorientiert? Das wäre eine Gelegenheit, das zu tun. Und die Politik hat jetzt sozusagen alles auf den Tisch und muss auch gerade jetzt unter diesem Druck, dass Nahrungsmittel extrem knapp sind, überlegen, welche Einschränkungen für die Landwirtschaft wirklich notwendig sind und wie man das zukünftig besser machen kann. Wir brauchen halt eine nachhaltige Intensivierung, eine pauschale Extensivierung, wie die EU sie gerade jetzt aktuell vorsieht, ist nicht sinnvoll. Dann würde ich gerne mit Ihnen jetzt nochmal drei Blitzlichter machen, wenn Sie einverstanden sind. Ich würde Ihnen drei Sätze oder Satzanfänge vorgeben und Sie vervollständigen die Bitte. Unser Unternehmen steht vor der Herausforderung oder unser Verband steht vor der Herausforderung, dass... Die Landwirte haben das Problem, dass sie Artenschutz, Klimaschutz, Tierschutz, alles unter einen Deckel bringen sollen und gleichzeitig aber in einem extrem scharfen Wettbewerb auf dem Weltmarkt stehen. Und das ist die große Kunst, das hinzubekommen. Der Standort Niedersachsen ist für Sie? Wir sind Agrarland Nummer eins, weil wir ein Grundstandort für die landwirtschaftliche Produktion sind. Und deswegen ist auch die Agrar- und Ernährungsindustrie in Niedersachsen zweitgrößter Arbeitgeber und auch zweitgrößter Umsatzträger. Also wir sind auch in Niedersachsen systemrelevant und das wollen wir zukünftig auch bleiben. Und Ihrem Unternehmen bzw. Ihrer Branche insgesamt würde es sehr helfen, wenn Politik was tut? Wenn sie uns Landwirten nur noch die Zielvorgaben gibt, aber die Lösung uns selber überlässt. Dass die Landwirte in ihrer Findigkeit und auch mit Hilfe des technischen Fortschrittes sich immer besser an die gesellschaftlichen Vorgaben anpassen können, aber dass sie nicht überreguliert werden. Herr Dr. Hennies, vielen Dank für das Gespräch und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Interesse daran haben, die Positionen nachzulesen, finden Sie das alles in unseren Landtagswahlpositionen in der Videobeschreibung.